Hier steht am Eingang der Butterfly George. 6,5 Kilometer. Walking Time 3 bis 4 Stunden. Und da geht es rein. Man läuft zuerst durch einen parkähnlichen Wald, der zur eigentlichen Schlucht führt. Der Weg ist ungefähr 500 Meter lang bis zum Eingang. Da wird wohl die Schlucht sein. Sind das noch 100 Meter bis dahin. Die ersten Felswände. Es ist 10 Uhr morgens. Die Sonne knallt voll hier rein. Also heizt schon ganz schön auf. Ich glaube so ein sattes Grün der Bäume, das sieht man auch nur auf Kreta. Da wird er beeindruckend. Hier ist der Eingang. Es geht direkt wieder los mit roten Pfeilen und Markierungen. Jetzt schauen wir mal, was mich erwartet. Es geht direkt los mit kleinen Feldspalten hindurch zu gehen. Also kein Meter breit. 70 Zentimeter vielleicht. Erster Eindruck sehr schön. Da geht es dann. Bis hier laufe ich wieder auf einem Trampelfad. Ich nehme schon ein breiteres Stück. So wie es aussieht, da hoch. Die Schlucht ist übersetzt von Markierungen. So sieht man direkt schon die nächste, wenn man an der jetzt hier vorbeiläuft. Das ist mal eine freie Stelle, wo man schön die Felswände schauen kann. Kein Pfeil verfassen. Wenn kein Pfeil aufgemalt, dann Pfeil durch Holz. In der Vergangenheit hat es hier gebrannt. Und auch einige Wälder wurden in Mitleidenschaft gezogen. Wer keine Sonne verträgt, sollte hier morgen schon um 6 Uhr reingehen. Hier ist ein Schatten ab und zu. Eine Passage. Und genügend Wasser mitnehmen. Wie jetzt. Ich habe mir zur Regel gemacht. Spätestens nach 15 Minuten fange ich an zu trinken. Und nicht, wenn ich merke, ich habe Durst. Jammers. An dieser Stelle ist die Schlucht ziemlich weitläufig. Ich habe hier auch wieder ein Opfer der Natur. Oder Warnstiftung. Warnstiftung. Keine Ahnung. Roter Baumstamm. Ein kleiner Dümpel. Hier vier, fünf Meter hohes Schilf. Lang des Weges. Hier auch wieder eine Steinrinne. Die zum Schutz des Wasserraus dient. Felswände 1,50 Meter hoch. Nach langer Zeit mal wieder ein schattiges Plätzchen. Die Sonne knallt ganz schön. Es ist alles angenehm, was sich im Schatten befindet. Aber es waren höchstens 20 Meter. Hier endet der Fußweg in einem Weg. Der gehört noch zur Schlucht. Oder nicht. Die Chance direkt die zweite Schlucht anzuschließen. Hier die Church of St. Dimitrios. Kleine Kapellen findet man hier zu Tausende. Ich habe mir jetzt ein kleines Päuschen gegönnt. Ich werde jetzt die anschließende Schlucht aber nicht machen. Mein Ziel war die Butterfly Schlucht zu machen. Die habe ich gemacht. Jetzt gehe ich zurück. Und die kann man ein anderes Mal machen. Hier in der Kirche eine geniale Bewässerung. Schlauch in einen Eimer reingeleitet. Und dann kann das Wasser schön verteilt werden. Das Wasser kommt schön hier an. Die Stauden. Kleiner Abfluss. Ja. Und hier sammelt sich das Wasser erneut und wird dann hier reingeleitet. Tolle Technik. Ja. Hier. Wieder ein Schattenplatz. Das ist einmal von einer Seite. und wieder Hawaii die Sonne meint es wirklich gut mit mir Farbe bekommt man hier also auch daran denken gut einkrämen also Pfeile gibt es nur in die andere Richtung man geht also nicht davon aus dass man den gleichen Weg zurückläuft es gibt natürlich nie eine einzige Markierung die mit Pfeil in die Richtung zeigt wo ich jetzt gehe alles in den Gengen sitzen mitten drin wieder ein abgewandter Baum jetzt ist etwas Wind aufgekommen der sehr angenehm ist da hinten auch wieder ein abgebrannter Baum das ist tatsächlich der erste Pfeil der in der jetzigen Richtung geht wo ich zurücklaufe wunder geschehen ja desto näher man in den Ausgangspunkt kommt kommen doch wieder Pfeile in die Richtung in die man gekommen ist also wenn ich mich jetzt quer drehe komme ich nicht durch weil mein Rucksack dann schwirren sollte ich komme also nicht weiter das muss ich gut bringen ja hier bin ich wieder am Ende der Schlucht bzw. am Anfang eine schöne Schlucht habe ich jetzt hoch und runter zwei Stunden gebraucht sehr gut zu laufen was auch nicht vergessen wie immer gutes Schuhwerk bisschen Kondition und dann ist das gut zu meistern hier steht Distanz 6,5 Kilometer kann man nur vorstellen dass das die zweite Schlucht inbegriffen ist ok ok